Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Die Nachrichten aus Essen am 31. Juli mit Anna Bartel, guten Abend. Heute waren wir noch mal am Limbecker Platz und haben uns bei Galeria Karstadt-Kaufhof umgesehen. Wir berichten von einem großen Wasserrohrbruch in Frohnhausen und über das Hochhaus am Sperrvogelweg in Freisenbruch. Das ist schon das Ende einer Ära hier bei uns in Essen. In etwa einem Monat schließt die letzte Filiale von Galeria Karstadt-Kaufhof im Limbecker Platz und damit ist praktisch das Kapitel Karstadt auch schon fast zu Ende. Nur noch bis zum nächsten Jahr ist die Hauptverwaltung von Galeria in Bredeney. Danach ziehen die Mitarbeiter nach Düsseldorf. Und wie schon beim Ausverkauf im ehemaligen Kaufhof haben wir die Brandplatz. Bei großen Rebatten, teilweise von bis zu 90 Prozent, lockt das natürlich noch einmal die Kunden ins Warenhaus. Die trauern aber auch zum Teil dem Warenhaus hinterher. Ja, schade. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass das hier im Limbecker Platz irgendwie aufhört. Und ein bisschen Tradition aus Essen verschwindet, würde ich mal so sagen. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass es diese Filiale noch nicht mehr gibt. Schlecht für Essen, würde ich sagen, oder? Also, weil immer mehr Geschäfte schließen. Ja, und am Ende soll möglichst kein Artikel mehr in den Regalen liegen. Die meisten Kunden seien im Moment auch wirklich gezielt auf der Suche nach Schnäppchen. Das sagt der Geschäftsführer im Gespräch mit unserem Radio-Essen-Stadtreporter. Und das sorgt dann noch mal für ordentlich Zulauf in der Filiale. Ein richtig großes Wasserrohr ist in Frohnhausen am Morgen geplatzt. Die Folgen? Ein Wasserfall über die Breslauer Straße und die Raffelberger Straße, das berichtet ein Radio-Essen-Hörer. Ich bin zum Bus gegangen und habe den Rauschen gehört, links um die Ecke geguckt und auf der anderen Seite war ein Auto mit dem Reifen abgesackt im Bürgersteig. Und drumherum wie ein Whirlpool am Brodeln. Und wir haben gesehen, wie das Auto immer weiter absackt. Seit dem Vormittag schachten die Mitarbeiter der Stadtwerke Essen jetzt die Stelle rund um den Schaden aus und bereiten alles vor. Morgen soll das Wasserrohr von etwa 40 Zentimetern repariert werden. Im Moment sorgt das nur noch in dem Autohaus für Probleme. Das ist nämlich direkt an diese Wasserleitung angeschlossen. Alle anderen Anwohner bekommen ihr Wasser von anderen Leitungen. Nach einer ersten Einschätzung eines Sprechers der Stadtwerke Essen werden die Arbeiten rund vier Wochen dauern. Die Breslauer Straße bleibt so lange zwischen der Liebigstraße und der Raffelberger Straße voll gesperrt. Und außerdem muss die Ruhrbahn teilweise Buslinien den 160er und den 161er umleiten. Kleine Hoffnungsschimmer für die Mieterinnen und Mieter am Sperrvogelweg in Freisenbruch. Da haben jetzt die ersten Arbeiten begonnen, um das Haus wieder standfest zu machen. Zunächst müssen die Heizungsrohre verlegt werden. Im Keller werden auch noch Wände entfernt. Danach wird ein großer Träger eingebaut, der von innen nach außen die Gebäudelast abfangen soll. Danach erst beginnen die eigentlichen Arbeiten am alten Bergbauschaft. Der wird bergtechnisch gesichert. Sobald das Haus dann wieder sicher steht, kann der Träger ausgebaut werden. Und erst wenn das alles passiert ist, können die Bewohner auch wieder zurück in ihre Wohnungen. Wann das genau sein wird, ist weiter unklar. Das Haus wurde mitten in der Nacht Ende Juni geräumt, weil es nicht mehr stand sicher war. Die Mieter wohnen jetzt zum Teil in Hotels oder bei Verwandten und Freunden. Und gute Nachrichten für die Essener Innenstadt. Es wird mal wieder ein bisschen grüner hier. Grün und Gruger haben die Sitzinseln mit Blumenkübeln wieder aufgestellt. Insgesamt sind das sieben Stück. Die stehen zum Beispiel auf der Kettwiger Straße oder am Theaterplatz. Außerdem gibt es viele neue Blumenkübel auf dem Friedensplatz. Die Blumenkübel werden dann im Winter aber erst einmal wieder abgebaut. Und das war überregional wichtig. Die Bundesregierung reagiert besorgt auf die Entwicklungen im Nahen Osten. In der iranischen Hauptstadt wurde ein ranghoher Hamas-Führer getötet. Der Iran droht deshalb Israel. Die Lage sei äußerst angespannt, sagt das Außenministerium. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das startet morgen mit einer kleinen Sommerdelle in den August. Die bringen teilweise Schauer oder auch mal Gewitter mit. Die Sonne wird eher selten zu sehen sein. Morgen dann so um 25 Grad. Am Freitag wird es dann schon wieder freundlicher. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen und entspannten Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.